hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video wir zeigen euch mal was wir hier alles im überlebensmodus gebaut haben pass auf ich glaube da ist ein kuiper drin wie immer ich will nur mal so sagen das haben wir alles im überlebensmodus gebaut seht ihr auch unten an dieser leiste da sind noch ein paar übrig abzorben abzorben wenn man wenn wir in der villa sind können wir auch mal suchen können wir doch da machen weil es doch draußen kalt ist spielen wenn die kraft ich hatte nicht an die kraft auf jeden fall verbrennt er jetzt hier nein ich springt in den pool wir haben keine langen angst jermaine du wirst angegriffen äh vor einer spinne wird abends es wird abend meine kleine schatzi ja fein aber der schlägt mich nicht vielleicht hast du den auswärtsin geschlagen oder sowas wir sind aber hier um jetzt was zu bauen jetzt habe ich vor diesen augen von diesem lied so jetzt drücke ich hier und da kommt ein fleisch raus da hast du jetzt gegessen so ich will am liebsten hier durch genau ach jermaine nicht dein ernst doch weil ich will nicht nur mal den ganzen weg zurück das war